Warte mal, wir haben ja auch noch Wind Ja, es geht endlich weiter Ja, es geht endlich weiter Ja, es geht endlich weiter Oh, Wind ist alle Wind ist alle, wir müssen umdisponieren Oh Möchtest du das zurückziehen oder wie? Oh 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 Ich hab den Jakobi genannt, ne? Weil es aussieht wie ein Kobold Aber der hat so eine Sprungkraft, ich glaube es ist ein Floh Und Floh gehen auf jeden Fall in sich Vielleicht nenne ich es auch einfach Floh Wenn wir hüpfen im echten Leben auch so effizient wäre, würden wir alle mehr hüpfen Ja Wir freuen, wir würden alle hüpfen durch die Gegend Oh 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 Okay Wir müssen wieder die Weiche Die Weiche, Weiche, Weiche Oh Oh, tschüss, ne? War schön Ich hab's noch mal Ich hab's noch mal Ah, gut Mhm Okay Stopp Ich hab's noch mal Oh 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 Wenn ich auf Steam drücke gelaube ich Ich kriege das ein kleinem Geschmack Ne? Oder wie knapp nur so So Ob der Knopf da auch nicht drinnen bleiben kann, ne? Ah ja, komm mal ja. Tatsächli. Jetzt ist aber gleich in die Giale. Und wir haben auch wieder Wind. Nee, warte. Ah, wir mit Wind reiten. Wind, mit Wind fahren ist entspannter. Ich bin hier gerade auf einer Eisfläche. Und ich glaube, wir müssen hier mit mehr Schädel nicht mehr drüber. Was brechen wir ein oder so? Oh nein. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen reparieren. Und wir machen erstmal hier den Sauger aus. Die Staubsauger. Okay. Und die Segeln auch noch. So. Geh ich mal hier raus? Geh ich mal hier raus? Da hinten ist ein Fass und eigentlich müssten wir hier in die, hier sind die Knöpfe, hmmm, ich guck erstmal hier hinten hin, was wir so haben. Ich guck mich ja, wenn ich hier aufs Segel gehe, da hinten drauf. Ich bin auf jeden Fall ein starker Flö. Ich muss ein Flö sein, Flö sind ja sehr stark, ne? Flö sind sie ganz stark. Ja, ja, ja. Hat man schon als Kind gelernt, dass ein Flö sehr stark ist. Hallo, ist hier noch jemand? Mit oben hoch. Hier ist ein Kopf. Hier ist nicht mehr. Ja. Ich bin auf jeden Fall. Und nun? Jetzt komm ich nicht mehr runter. Ich hab mich eingesperrt wohl. Ich bin auf jeden Fall. 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 Ja, und Henriksen. Was steht da hinten? Hopidung, Teuf. Hopidung, Teuf. Sechste. Hier? Oh, Boden. Hä? Irgendeine Du-Motive, Oto-Type. Eine O-Ko-Motive. Ah, ja. O-Ko-Motive. O-Ko-Motive. O-Zwei. Ah, und dann war der hier. Und dann ist das dem sein Werdegang. Das ist ja eigentlich das Zuhause, da wo ich herkomme. Ne? Das ist ja meine Maschine hier. O-Di? Egal, ich nehme es fast mit. Vielleicht war das dem sein erstes Gerät und dann hat er das gebaut und dann hat er das gebaut. Wie ist das Rechnung? Wie ist das Rechnung? Da ist das Rechnung. Wie ist das Rechnung? Ah, ich bin in dem Gerät drin, du. Wo die? Warte. Siehst du aus, ne? Ich bin in dem Gerät drin. Äh, sicher. Kommen wir jetzt mit den Hosen weiter hier. Hm. In der Okomotive bin ich. In der Okomotive kann man sich schon mal durch im Keller bauen, bin ich auch so. Ja? Ja. Bestimmt, tolles Projekt. Ne, dann, let's go. Okomotive. Haben wir denn auch, haben wir denn auch Energie dafür? Okay. Okay. god. Nice. Untertitelung. BR 2018 Jetzt ist es kaputt. Da sind wir ja weit gekommen. War schön, ne? Aber nur kurz vergnügen. Ah, tolles Problem. Man muss sich jetzt in Richtung Feuer loben. Da war unsere Maschine. Nicht, dass unsere kleine Motive gut ist. Oh no! Das kann ich löschen. Ich habe ja einen unendlichen Wassertank in meinem Gerät. Wenn ich das jetzt hier irgendwie dran mache, sieht es gerade aus. Aber da komme ich ja nicht durch hier. Ich muss nur irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Ich fahre einfach mal gerade raus. Vielleicht öffnet sich das hier auch. Aber das könnte man vielleicht durchbrechen, ne? Ich muss nochmal Anlauf nehmen. Ich habe das, glaube ich. Du schaffst das. Ich habe das hier. Okay, jetzt hübe ich los. Lau! Also ich mach erstmal hier wieder Sprit rein. Ah, das ist nicht. Da muss ich ein bisschen zurück. Und dann kommt das Wasser. Ich schreie die Züge. Und dann kommt das Wasser. Das ist das Wasser. Und dann kommt das Wasser. Jägerlich. Jägerlich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020